Einen wunderschönen guten Morgen aus, keine Ahnung wie das heißt hier, irgendwo in Sardinien am Meer. Kaffee ist fertig. Mopeds haben wir gestern Abend noch fertig gemacht. Ja, weil wir gut sind. Das heißt, wir können heute eigentlich unseren Urlaub starten. Na gut, eigentlich hat der gestern schon gestartet. Gestern war das wieder mal so ein leichter, ganz leichter Fail. Da kann man die Schuld immer noch auf die italienischen Haarbeider schieben. Die haben uns in zwei oder drei Stunden geklaut, die wir nie benötigt hätten. Dass unsere eigene Inkompetenz und Foul hat auch nochmal zwei Stunden gekostet, verschweigen wir den Bericht. Jetzt packen wir noch das allerbeste Land ist Vollkorn. Ah, du hast Vollkorn, ich hab normale Butter. Ja, nein, logisch. Wenn man im Gelände unterwegs ist, dann braucht man auch ein bisschen langanhaltende Sachen. Und braucht man auch einen Korn. Das ist richtig auch das. Und Datteln und Apfelringe für kurzfristige Energie. Hier. 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 Du bist mit der ersten Punkt. So, der Grund, warum hier nur zwei Mobils stehen, der Rest von der Mannschaft ist wieder unterwegs zum Stellplatz, weil wir haben nämlich ein paar Teile vergessen. Bei mir ist quasi der Spritschlauch aufgeplatzt. Wie das so ist, Kabelbünder liegen natürlich noch im Bus. Ah, ich sehe es. Und der Scheiß tropft schon runter. Ja, vor allem der ist jetzt zu, der ist hier unten aufgeplatzt. Das Problem ist halt auch, wir müssen ganz dringend tanken. Ich weiß nicht wie viel in meinem Moped drin ist. Ja dann? Zweimal zurück. Hätte ich gesagt, oder? Dann fährst du. Gib mal ein wie ich wieder zurückkomme. Wie ist denn das Ziel? Naja, still bleibt's. Okay. Okay, bis dann. Was ist der Scheiße? 12. 3. 4. 4. 4. 5. 5. 6. 17. 14. 15. 16. Der Versuch bis zum Wasserfall vorzudringen. Es könnte sich schwierig gestalten. Der Versuch bis zum Wasserfall vorzudringen. Wie ist das? Gebeam! ist das erst du vor? oh ne na gut oh warte ich hätte da ne Frage Machen wir das wirklich? bitte Machen wir das wirklich? ja ok ok sehr schön oh Moment ich postier noch Rettungsmotion Kavacholz gescheitert ja Kavacholz lost in action und wir leider auch ok wir bauen uns jetzt eine Bergungshilfe sehe ich das richtig? ja ja wieder am Stellplatz und irgendwie sind die Mopeds von dem Rescue Team viel dreckiger wie unsere ja das Rescue Team ist mit sich selber und mit der geleisteten Arbeit mehr als zufrieden dann ist das jetzt hier die Herausforderung ok also dann ist das jetzt hier die Herausforderung ok ja weil hier geht es nicht ja machst das an während der Zeit legst den Gang ein und fährst los ok mach an den Hobel und mach mach an den Hobel ok das ist ja die Challenge ich schaff es auch nicht nein das ist ja schon beim Aussteigen schwer schwierig aber wenn das mit Kickern noch schafft dann kriegt der von uns das ist richtig aber mach mal an ich will sehen ob du es ohne schaffst was ohne was ja ohne dass du ankicken musst mit ankicken ist ja illusorisch mach mal an und dann machst du das mal vor für die Zuschauer nein ich kann es ja nicht quatsch nicht ok ich lege ich lege vor ja ich lege vor aber nicht heute nicht heute ich habe heute genug ok mit Schlappen das Schuhwerk ist schon mal sehr gut dafür geeignet aber mal ein bisschen rüber fast aber fast ja warte mal ja komm mal gut durch mach immer ja mach immer mach richtig rum und dann ok hast du es? ok ok warte mal warte mal ich kann hier fertig bleiben achso ja also soviel Zeit haben wir oh man ey